Hallo und herzlich willkommen YouTube, euer Packstrader und heute zu meinem sechsten Pack Opening in FIFA 13 Ultimate Team. Heute werde ich ein Silber Premium Set für euch öffnen. Ja, dann nehme ich jetzt gleich dieses mit Soldato drauf und ich öffne es. Da haben wir Sadi. Ich glaube, der spielt in Monaco. Ah, er spielt in Monaco. Ich weiß nicht, ob der was wert ist. Muss ich gleich mal nachschauen. Dann habe ich hier noch Silber Verträge, Mannschaftsmoral, Fitness, Paderborn, Wappen. Das war's mal wieder von mir und bis zum nächsten Mal und abonnieren und liken nicht vergessen. Ciao. Einfach links oben auf den Button klicken und meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr zu meinem Kanal wollt, einfach in die Mitte klicken. Wenn ihr rechts oben auf den Button klickt, gelangt ihr sofort zu meinem letzten Video. 1 2 2 3 4 5 5 6 7 6 7